Treiben Sie heute noch Sport? Ich laufe ein bisschen. Ich arbeite im Strahov. Und wir wohnen in Troja. Das ist so fünf Kilometer weit. Aber inzwischen ist die größte Parkanlage in Prag. Sie heisst Stromowka. Es ist so einfach zu laufen, zu treiben. Von Strahov nach Hause und von Hause nach Strahov. Ich liebe nicht zu Fuß zu gehen. Zu treiben ist viel günstiger für mich. Warum günstiger? Ja, es ist lockerer. Das ist eine Entlastung. Für mich ist natürlicher Hopfen, Laufen, Treiben. Vor 30 Jahren hätte Sattopäck nicht so unbeachtet, so unbehelligt durch den Park laufen können. Damals kannte ihn jeder.